Affinity Photo, Interface und Navigation. In Affinity Photo gibt es ein paar Dinge, die man am Anfang einmal wissen muss, damit man mit dem Programm überhaupt vernünftig arbeiten kann. Und was das für Dinge sind, möchte ich dann gleich einmal herzeigen. Im Wesentlichen wird es darum gehen, wie man sich in einem Dokument bewegt, wie man das Dokument vergrößert, und was eigentlich das ganze Interface rundherum mir so sagen möchte, beziehungsweise wie man sich das Interface auf seine Anforderungen anpassen kann. Also, dann würde ich gleich einmal sagen, legen wir los. Ich bin hier in Affinity Photo und man sieht einmal das ganze Interface. Was sieht man so im Wesentlichen? In der Mitte sieht man das Bild, das geöffnet ist. Hier im oberen Bereich sieht man auch den Bildnamen. Im linken Bereich sieht man die Werkzeugleiste mit einer wirklich großen Anzahl an Werkzeugen. Hier ist es übrigens so, wenn ich da jetzt quasi ein kleines Dreieck sehe, wie hier bei diesem Pflaster, das ist der Reparaturpinsel, dann kann ich draufklicken, auf der Maus bleiben, und man sieht, wie es hier noch verschiedene andere Werkzeuge unter diesem Werkzeug gibt. Generell würde ich empfehlen, wenn man quasi nichts machen will in Affinity Photo, also keine Bearbeitungen, nichts pinseln, nichts radieren möchte, dass man auf dem Handwerkzeug bleibt. Wenn man jetzt auf ein Werkzeug drauf geht, dann sieht man in der Klammer den Shortcut, hier in diesem Fall das H. Das heißt, das kann man sich auch gleich merken, H für Handwerkzeug. Okay, was gibt es jetzt noch zu sehen? Im oberen Bereich ist die Symbolleiste, die kann man sich auch anpassen, wenn man das möchte, indem man hier in die Symbolleiste einen Rechtsklick macht und auf Symbolleiste anpassen geht. Und dann habe ich die Möglichkeit, mir die Symbolleiste so anzupassen und so einzurichten, wie ich das eben haben möchte. Aber die Standardeinstellung ist für den Anfang wahrscheinlich ganz gut. Okay, und im rechten Bereich, da gibt es jetzt verschiedene Bedienfelder. Diese Bedienfelder heißen, wenn man jetzt quasi in Affinity Photo auf Ansicht geht, Studio. Wir sehen nämlich da das gesamte Studio und die gesamten Fenster, die hier jetzt offen sind, wie zum Beispiel im unteren rechten Bereich in der Standardeinstellung der Navigator. Der ist dann hier mit diesem Häkchen aktiv und ich sehe, dass der jetzt da ist. Falls ich den jetzt quasi nicht brauche, kann ich da einfach draufklicken, dann ist der Navigator jetzt ausgeblendet und ich bekomme den jederzeit wieder über Studio und dann hier auf den Navigator klicken. Die Bedienfelder kann man sich übrigens anpassen, wie man das möchte. Das heißt, ich kann das jetzt beim Namen nehmen und da einfach nach draußen ziehen und ich mache das jetzt einfach einmal und ziehe die Bedienfelder so raus, wie ich mir das denke, beziehungsweise richte mir hier meinen Arbeitsbereich so ein, wie der aus meiner Erfahrung heraus Sinn macht. Und zwar gibt es hier im oberen Bereich die Ebenen und diese Ebenen lege ich da einmal nach unten ab. Okay, so weit, so gut. Darüber die Anpassungen. Die Anpassungen sind sehr, sehr wichtig, denn da kann ich verschiedene Einstellungen direkt quasi auswählen. Das heißt, die lasse ich mir da einmal liegen und hier im oberen Bereich gibt es das Histogramm, es gibt hier die Pinsel, es gibt hier die Farbfelder und auch die Farbe. Und wenn ich das jetzt so entsprechend rauslege und da zwischen diese Bedienfelder oder Studio-Elemente dazwischen reinklicke, kann ich mir auch die Größe anpassen und die Ebenen, die ich jetzt versehentlich herausgezogen habe, die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Deshalb lege ich mir hier rechts unten rein, schaue, dass ich hier genau dazwischen, quasi zwischen die Ebenen und dem oberen Bedienfeld reinfahre und kann die Größe jetzt entsprechend anpassen. Hier im oberen Bereich gibt es jetzt noch die Effekte, dann gibt es hier die Stile und hier jetzt Stock, da kann man auf Unsplash zugreifen, wenn man jetzt quasi nach Bildern suchen möchte, die man kostenlos verwenden kann. Falls ich jetzt solche Elemente nicht brauche, kann ich sie da mit dem X einfach schließen und ich mache das jetzt einfach einmal hier für alle Einstellungen. Zack, zack und zack und die Farbe lasse ich mir einfach einmal da kurz liegen und wie gesagt, falls ich das wieder öffnen möchte, kann ich jederzeit ins Ansichtsmenü gehen, hier unter Studio und kann mir da jetzt die verschiedenen Elemente öffnen. Was ich auch gern habe, ist folgendes. Aktuell habe ich das rechte Studio eingeblendet. Ich kann mir aber auch das linke einblenden und jetzt sieht man, wie ich hier im linken Bereich eine zweite Möglichkeit habe. Ich ziehe mal hier diese Makros raus, damit ich mir hier links was ablegen kann. Und dann nehme ich mir jetzt die Farbe und lege sie einfach einmal da links rein. Zusätzlich gehe ich da jetzt wiederum rein unter Ansicht Studio und habe da jetzt die Möglichkeit, mir verschiedene andere Einstellungen zu öffnen. Zum Beispiel nehme ich mir da jetzt die Bandbreite und jetzt lege ich die Farbe unterhalb ab. Bis hierhin muss das gezogen werden. Dann sehe ich die Helligkeitsverteilung hier in diesem Bild. Jetzt gehe ich weiterer auf Ansicht und habe jetzt verschiedenste andere Möglichkeiten, die ich mir auch noch einblenden kann. Am Anfang könnte es vielleicht auch ganz spannend sein, dass man sich den Navigator einblendet. Denn der Navigator hilft mir, wie der Name schon sagt, dass ich mich jetzt im Bild quasi navigieren kann und das Bild verändern kann. Nämlich hier diesen mittleren Bereich. Das möchte ich gleich herzeigen. Zuvor aber noch einen ganz wichtigen Bereich hier links für die Werkzeugleiste. Jetzt gehe ich da wiederum auf Ansicht und ich kann da jetzt die Werkzeugleiste anpassen. Und der wichtige Punkt ist dieser. Ich kann nämlich die Spaltenbreite von einer Spalte, wie es aktuell ist, auf zwei Spalten umstellen. Das schaut jetzt nicht so aus, wie wenn das etwas bringen würde. Aber man wird dann sehen, wenn ich jetzt auf Schließen klicke, dass ich hier im unteren Bereich die Vordergrund- und Hintergrundfarbe eingeblendet bekomme. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Des Weiteren sieht man hier auch alle Werkzeuge, die man sich quasi hier links reinziehen kann, wenn ich die jetzt quasi in Zukunft einmal brauchen sollte. Aber aktuell lasse ich die Standard-Einstellungen und klicke hier auf Schließen. Und jetzt sieht man, dass ich hier die Vordergrund- und Hintergrundfarbe zum Auswählen habe. Diese Farbe sieht man auch hier im Farbebedienfeld. Da gäbe es nämlich diesen Vordergrund-Hintergrund-Auswahlbereich. Bei einer Spalte gibt es das eigentlich nicht. Und ja, deshalb ist es ganz praktisch, dass man sich das hier auf zwei Spalten einstellt. Gut, aber jetzt zur Navigation. Wie schon ganz am Anfang erwähnt, ist es wichtig, aus meiner Sicht, dass man, wenn man nichts einstellen möchte, dass man hier auf dem Ansichtswerkzeug, also auf dem Handwerkzeug bleibt, Shortcut H. Und das bedeutet, wenn ich da jetzt in das Bild reinklicke, kann ich mit dem Handwerkzeug die Arbeitsfläche verschieben. Das heißt, ich nehme da einfach die Fläche, schiebe die herum und kann mir jetzt den Bereich anpassen, wie ich das möchte. Wenn ich jetzt einzoomen will, habe ich die Möglichkeit, hier im Navigator einzuzoomen. Und jetzt sieht man, wie ich da diesen Bereich sehe, den ich aktuell vergrößert habe. Das heißt, hier im Navigator kann ich auch die Position auswählen und eben auch im oberen Bereich die Zoomstufe anpassen, wenn ich das eben, wie gesagt, so machen möchte. Ich persönlich mache das normalerweise anders. Und zwar ist es da ganz, ganz wichtig, dass man auch mit Shortcuts arbeitet, nämlich Command 0 oder Steuung 0 auf Windows zoomt so aus, dass ich das ganze Bild sehe. Ich passe also das Bild in meinen Bereich, in den sichtbaren Bereich ein. Wenn ich jetzt einzoomen möchte, mache ich das so, egal auf welchem Werkzeug ich bin, dass ich das temporäre Zoom-Werkzeug haben möchte. Und das temporäre Zoom-Werkzeug bekomme ich, wenn ich die Leertaste und die Command- beziehungsweise Steuerung-Taste gedrückt halte. Und hier im unteren Bereich sieht man nämlich dann auch die Tool-Tipps dazu. Aktuell bin ich am Handwerkzeug, Ansicht schwenken, wenn ich da jetzt herumziehe. Wenn ich jetzt die Leertaste und die Command-Taste gedrückt halte oder eben auf Windows die Steuerung und die Leertaste, dann sieht man, dass ich jetzt quasi klicken kann und nach rechts fahren, damit ich einzoome oder nach links fahre, damit ich auszoome. Und genau in dem Bereich, wo ich quasi hinklicke und nach rechts fahre, zoome ich jetzt ein. Oder eben, klicken und nach links fahren, ich zoome wieder aus. Und was hier auch passiert, es ist immer so etwas, ich nenne es mal ruckerlich, Affinity Photo bleibt immer auf wichtigen Zoom-Stufen hängen, ganz kurz. Und zwar ist eine wichtige Zoom-Stufe die 100%-Zoom-Stufe, denn damit sehe ich jetzt einen Pixel von meiner Aufnahme genau auf einem Pixel von meinem Monitor liegen. Ich kann aber da natürlich auch drüber zoomen, also weiter einzoomen, indem ich da jetzt einfach hergehe und in diesem Fall auf 1600 und was auch immer Prozent einzoome und da sieht man dann die einzelnen Bildpunkte, die einzelnen Pixel. Das heißt also, den Navigator können wir uns eigentlich sparen, das heißt, ich ziehe den mal raus und schließe ihn und habe da jetzt Platz, dass ich jetzt andere Einstellungen ablege. Denn jetzt wissen wir ja, wie wir zoomen, also kann ich da mal reingehen und zum Beispiel, falls ich jetzt mit Texten arbeite, die Zeichen wieder reinholen und die lege ich da jetzt einfach einmal ab. Dann habe ich da jetzt die Eigenschaften für die Zeichen. Genauso kann ich da jetzt unter die Ansicht reingehen, also wiederum Ansicht Studio auf Absatz und jetzt sind einerseits hier die Zeichen, hier der Absatz. Ich könnte mir jetzt aber auch den Absatz da jetzt in diese Farbegruppe reinlegen. Dann habe ich da jetzt im unteren Bereich die Zeichen und kann hier im oberen Bereich zwischen Farbe und Absatz wechseln. Okay, auszummen, Command 0. Ein weiterer Shortcut, den man sich merken kann, ist Command 1 oder Steuerung 1 auf Windows. Da zoome ich jetzt nämlich auf die 100% Ansicht. Das ist diese Ansicht, wo ein Pixel von der Aufnahme genau auf einem Pixel vom Monitor liegt. Ja, also, jetzt haben wir gesehen, wie wir uns die Bedienfelder, also das Studio anpassen können, wie wir die Werkzeugleiste von einer auf zwei Spalten quasi umstellen können, damit wir die Vordergrund- und Hintergrundfarbe sehen. Wir wissen, wie man in Affinity Photo jetzt navigiert, also wie man einzoomt, wie man auszoomt, wie man mit der Leertaste durch das Bild navigieren kann. Und damit hat man schon einmal das grundsätzliche Wissen, damit man in Affinity Photo quasi darauf aufbauend wirklich produktiv arbeiten kann.